Servus YouTube, was geht ab? Mein Name ist X1Fame und ich darf euch mal wieder ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Gameplay-Kommentieren auf dem German United-Channel. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich heute den Invictum X-Slan repräsentieren darf. Ich bin selber Co-Leader und Kommentator. Aber im Moment spiele ich nicht mehr so viel, deshalb bin ich kein Gameplay-Spieler mehr. Ja, wir sind Invictum, wir haben richtig geile Gameplays. Das Gameplay, was ihr heute im Hintergrund seht, ist auch ein richtig nices Gameplay. Es ist ein 103 Sekunden DNA von unserem Member Domi erspielt. Er ist auf jeden Fall ein richtiges Tier, hat schon mehrere Triple-DNAs. Und das ist auch eigentlich unser Gameplay-Standard. Wir haben ziemlich viele Triple-DNAs oder DNAs, die so 100 bis 110 Sekunden gehen auf unserem Clan-Kanal. Unter anderem haben wir natürlich auch noch eine 108er Gunstreak, was richtig amazing ist, um es mit einem Anglichtsismus auszudrücken. So was sind unsere Gameplays und wenn ihr euch so versteht, könnt ihr vorbeischauen. Ansonsten sind natürlich auch unsere Kommentatoren richtig nice. Wir haben zum einen den Kabel, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche Scheiße labern kann und es trotzdem extrem unterhaltsam ist. Also, wenn euch sowas Spaß macht, schaut einfach mal vorbei. Ich feiere seine Kommentare, das ist einfach richtig. Dann haben wir natürlich noch mich, Material oder Luca. Wir sind auch natürlich keine schlechten Kommentatoren und da könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Am Ende wollte ich mich jetzt nochmal bei German United bedanken, dass solche Kleiner wie wir die Möglichkeit bekommen, sich hier kurz vorzustellen. Denn damit haben wir die Möglichkeit, uns selbst eine größere Community aufzubauen. Und dafür können Sie sich einfach nur bedanken und Props an euch, German United. Dankeschön, ich bin raus, haut rein und ciao. Dankeschön. 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 Dankeschön.